Was? Wieder Sendung? Hi! Wir sind aus Playsteo! Und heute sind wir bei NVA Nachrichtenbunker und bleibt dran! Schhhhhh! Schhhhhh! Bop! Bop! Ota! Bop! 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 Ja Leute, hier seht ihr wunderbar noch einen alten Lichtschalter damals aus der DDR und ihr werdet es nicht glauben, er funktioniert noch. Ich werde euch das jetzt einmal demonstrieren, wir drücken einmal auf 1 auf an. Wie ihr seht, wunderbar erleuchtet dieser Raum hier, aber wir wollen mal nicht hier unnötig Strom verbrauchen auf Kosten der Gemeinde. Deshalb Licht aus, besser für die Umwelt. Ja, das reicht dir auch im Kopf nach. Ja, das reicht dir auch. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier auch wieder rauskommen, nachdem wir hier eingesperrt wurden. Der Notausgang ist so weit erreicht, den Kopf haben wir auch noch gestoßen, das gehört aber dazu. Ja, Christoph, es tut mir leid, wir müssen hier und übernachten. Aber ja, der Notausgang ist zu. Tut mir leid. Das war's. Wind, wollen wir mal anfangen, uns gegenseitig zu wehren. Macht's gut, Leute. Bis demnächst. Ein Lämpelbissen. Irgendwo magst du ja auch machen. Klappe zu, Affe tot. Noch lebt er. Noch lebt er zu Glück. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert uns mal am besten. Bis dahin.